Was geht ab Leute, Gaucho hier und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und wir haben nach langer Zeit mal wieder ein Player Review von einer heftigen Footy Karte, die letztes Wochenende gekommen ist, Marco Reus Footy und wir fragen uns natürlich alle, nachdem jetzt der Druck vom Kessel ist, der die Kapitänsbinde abgegeben hat, kann er zu alter Stärke zurückfinden. Noch eine Saison beim BVB, er will es mit der Meisterschaft krönen, ich bin mal gespannt, ob es klappt, aber diese Karte sieht wirklich heftig aus. 97 Pace, 93 Schuss, 93 Passen, 96 Dribbling, 90 Physis, aber viel entscheidender, 5 Sterne Skillful Moves, 5 Sterne Weak Foot, High Medium Work Rates, die Karte sieht wirklich gut aus. Ich habe sie letztes Wochenende, ich glaube am Samstag, für 790.000 gekauft, mittlerweile kostet er natürlich nur noch 530k, das war aber zu erwarten, habe dann ein bisschen Weekend League mit dem gezockt, 15 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen, das ist nicht so überzeugend und ich muss ehrlicherweise sagen, in der Weekend League hat er mich auch nicht umgehauen, ich habe jetzt aber auch nicht voll konzentriert gespielt, das Ganze wollen wir in dem Video nachholen. Wir gucken uns als erstes aber mal seine Positionen an, er kann Zehner spielen, Mittelstürmer, Stürmer und linker Flügel, also eine Menge Positionen zur Auswahl, wo man den aufstellen kann, um den auf Chemie zu bekommen, das ist grundsätzlich in diesem FIFA schon mal sehr sehr gut. Wenn wir uns die Stats angucken, da sieht er auch schon welchen Chemistry Style ich gewählt habe, Dead Eye, es gibt aus meiner Sicht 3 Chemistry Styles, die man wählen kann, Dead Eye, Marksman oder Hawk. Ich persönlich habe mich für Dead Eye entschieden, weil ich möchte, dass seine Schusswerte geboostet werden, zeitgleich auch seine Passwerte, da sehe ich ein bisschen Luft nach oben, Division und der Short Pass, der Lang Pass müsste eigentlich noch gepusht werden, weil ich möchte mit ihm viel in die Tiefe spielen, deswegen habe ich mich für diesen Chemistry Style entschieden und nicht für Marksman oder Hawk. Wenn man noch ein bisschen die Füße pushen würde, wäre auf jeden Fall Hawk noch eine Alternative oder wenn einen die 96 Sprintgeschwindigkeit stören, ich meine, der Typ hat 99 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit, das ist schon sehr heftig, wenn man das voll haben möchte, kann ich das verstehen, ich brauche es in diesem Fall nicht. Die Schusswerte sind wirklich gut, ein gutes Positioning, guten Abschluss, krasse Shotpower, da wäre natürlich unter 90 wegen den Trailers besser, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung, vom Punkt ist er nicht ganz so gut, ich glaube da hat er in den letzten Jahren noch einiges verschossen, deswegen das passt schon. Passwerte sind solide, Dribbling ist sehr sehr gut, 94 Beweglichkeit, 92 Balance, super Reaction, super Ballkontrolle, ich glaube mit dem kann man einiges machen. Ich persönlich muss sagen, Marco Reus war in FIFA immer ein sehr sehr geiler Spieler für mich. FIFA 19, der Potem, habe ich durchgehend gezockt, wirklich ewig und da hatte er noch keine 5 Sterne Skills, wie jetzt bei dieser Upgradeten Karte und danach die Jahre, muss ich sagen, hat er mir nicht mehr so gut gefallen. Die letzten Jahre gab es immer eine krasse Spezialkarte von dem, dieses Jahr habe ich bei der VBL die Karte gespielt und die war in Ordnung, hatte auch keine 5 Sterne Skills. Aber die hat mich nicht umgehauen, deswegen hoffe ich, dass diese Futikarte jetzt ein bisschen mehr in die Richtung macht. Die Stärke von 90 ist für Marco Reus auch heftig, muss man sagen, da kann man nicht mecken. Aggression finde ich nicht ganz so geil, also die könnte höher sein der Wert, wenn man vernünftig pressen will. 80 finde ich zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht mehr so perfekt, da könnte man auf jeden Fall einiges machen. Alle anderen Werte sind aber schon sehr sehr gut und auch die Defensivwerte sind mit 73 in Ordnung, wenn man den zum Beispiel auf der 10er Position spielen möchte. Trades hat Finesse Shot, hat Outside Foot Shot, das sind so die beiden wichtigsten, würde ich sagen. Outside Foot Shot noch ein bisschen mehr als Finesse Schuss, aber mittlerweile so gut wie die Karten sind, kann man auch mal, wenn man einen grünen Finesse macht, dann schlägt der schon ordentlich ein. Aber Outside Foot Shot ist nochmal wesentlich wichtiger. Von der Chemie her, wie baut man den ein? Ich habe es jetzt so gemacht, Deutschland, Bundesliga, mittlerweile gibt es so viele krasse Bundesliga Karten in Davis, in Goretzka, da kriegt man den dann schon gut und leicht auf Chemie. Wir haben jetzt rechts außen noch den Götze Shapeshifter, einfach um das alte Duo da mal wieder zu vereinigen, würde ich sagen. Und dann kriegt man das schon leicht hin, man kann auch, wenn es irgendwie schwerfällt, noch Kobel dazu nehmen, hat auch eine krasse Team of the Season Karte und dann ist das Ganze kein Problem. Ich werde ihn auf zwei Positionen spielen, weil ich glaube, das sind seine beiden besten Positionen. Das ist einmal die 10er Position und einmal die Stürmer Position. Wir fangen mit der Stürmer Position an, da sehe ich ihn noch einen Ticken stärker, aber ich würde ihn persönlich nicht auf außen spielen, weil ich einfach glaube, dass gewisse Karten da einen Ticken schneller sind. Auch wenn die Pace-Werte krass sind, aber wenn man zum Beispiel einen MPP hat, der ist tausendmal schneller. Der wird so viel mehr an den Leuten vorbeiziehen als ein Reus, deswegen würde ich ihn eher im Zentrum spielen und das werde ich auch tun. Ist für mich ein typischer Zentrumsspieler und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt mal rein in die Spiele und gucken uns das Gameplay an, um zu überprüfen, ob Marco Reus wirklich diese 530k wert ist. Dann gehen wir mal rein, Marco Reus als Stürmer mit der Nummer 11. Da ist er doch, den erkennen wir doch sofort. Oh, der Gegner will es direkt wissen. Marco direkt durchstecken. Super Pass von Marco, gutes Dribbling, so können wir weitermachen. Muss sagen, hat sich in dem Moment schon relativ smooth angefühlt, aber abwarten. Guter Pass, perfektes Timing nach außen, Marco. Guter Ball und wieder mitgehen. Scoop Turn, Marco suchen, here to ball roll, überstatten. Okay, kommt er nicht weg, hat der Gegner aber auch gut anziehen, muss dann sagen, da kann man jetzt nicht dem Marco, gut, da ich das Wort richtig ausspreche, einen Vorwurf machen. Und setz an, Marco, setz mal den Finesse. Bewegung sah gut aus, muss ich sagen, die Flugbahn und dann ist das überhaupt kein Problem für Aaron Ramsdale. Geiler Torwart. Und außen durchstecken, Marco. Braucht relativ lange für die Ballkontrolle. Warum läuft der jetzt mit der 9 rum? Kennt ihr euch, wenn er in dem Moment schon bekloppt macht, so eine Rückennummer kann ich gar nicht ab. Verstecken, Marco, wir spielen keinen, verstecken. Boah, lackt komplett durch, aber das R1 Dribbling, sage ich euch, das war sehr, sehr gut. Vorher komplett durchgelackt, aber das R1 Dribbling war sehr smooth. Und dann natürlich die 5 Sterne Weakfoot, die sind trocken. Zieh an, Marco, zieh an. Okay, da ist der clean. War nicht perfekt, aber da war der sehr, sehr clean, muss man sagen. Mit dem Übersteiger bin ich nicht ganz vorbeigekommen gegen FC Wassermelone. Aber der Abschluss war clean. So, oh, Gala Madrid, das ist immer gefährlich. Das sage ich euch. Gala Madrid, das ist immer gefährlich. Und Marco, steck ihn durch. Zeit rausholen. Mir gefällt das Ding. Das ist kein Foul. Glück gehabt, da haben wir den Helm auf. Und jetzt aber, Marco. Bitte sie zum Tanz. Perfektes Timing. Oh, Götze wird geblockt. Geh, Marco, steck ihn. Ballkontrolle, sage ich euch ehrlich, war nicht perfekt der erste Touch. Götze, Marco, mitgehen in der Mitte. Mitgehen. Nach hinten absetzen. Setz dich zu weit ab. Auf geht's, Marco. Übersteiger nach hinten, gutes Ding. Wir spielen noch einen weiter. Das ist Fußball, Freunde. Das ist Fußball. Gute Bewegung von Marco. Und der Gegner geht auch schon. Oh, geht schnell, Leute. So, direkt pressen, Marco. Direkt pressen. Die Jungs jagen. Und Marco gehen. Gut so. Ballrolle Scoop. Hacke zu Hacke. Finishing. Oh. Kein Abseits. Das war kein Abseits. Oh Gott, der gegnerische Reus macht uns kaputt. Puh. Der hatte ein bisschen mehr Speed als meiner. Und so schnell liegen wir 1-0 hinten. Da muss der Ex-Capitano jetzt mal aufdrehen. Super Päschen, Marco. Und direkt mit Doppelfiehack rein. Und Götze vollendet. Schönes Tor. Schönes Tor. Marco. Oh, wir wollen zu viel. Der Shot Cancel war eigentlich so. Oh, Gegner mit einem Bock. Und nach hinten absetzen. Oh. Und ich sage euch das. Der Creative nach hinten ist ein absoluter Game Changer. So, dann starten wir mal ins letzte Spiel, um Marco auf Herz und Niere zu prüfen. Mit einem guten Fehlpass. Marco gut in der Lücke. Zieh nach oben. Für unten Platz machen. Sehr gut. Und wieder mitgehen. Marco. Und mal einen Reverse setzen. Ist nicht sein Fehler. Er prediktet halt einfach richtig. Muss man sagen. Oh, der geht. Reus. Unten. Doppelfiehack. Klatschen. Und er holt ihn von der Linie. Aber diese Doppelfiehack-Bälle, Freunde, die sind extrem gefährlich. Die sind gut. Vorher lostriggern. Dann Doppelfiehack. Reus. Und Götze losschicken. Unten auch noch Neymar losschicken. Durchspielen. R1. Tor. Schon wieder. Mario will das Tor aber auch nicht machen. Doppelte Ballrolle. Zeit gewinnen. Heel to Ballroll. Und setzen Reus. Wunderschönes Tor. Und deswegen sind die Passwerte auf dem Stürmer so wichtig. Und der Gegner. Tschöö. Wie raten wir jetzt also Marco Reus' Footy? Ich muss sagen, ich finde ihn in Ordnung. Der haut mich nicht um. Der ist in vielen Sachen gut, aber in keiner Sache sehr gut, finde ich. Beweglichkeit ist okay, ist nicht überragend. Das ist jetzt kein Beyblade, mit dem man sich zehnmal drehen kann, aber er ist beweglich. Abschluss ist sehr, sehr clean. Finde ich fast seine größte Stärke, vor allem mit beiden Füßen. Da kann man absolut nicht meckern. Geschwindigkeit gibt es auf jeden Fall schnellere Spiele. Hatte ich anfangs das Video schon gesagt und das hat sich bestätigt. Ich habe nur einmal Reus richtig schnell gesehen und das war, als der Gegner an mir vorbeigesprintet ist. Ansonsten, finde ich, merkt man die fehlende Schnelligkeit, vor allem, wenn man den Übersteiger ansetzt. Es gibt Spieler, und ich nenne wieder das Beispiel MAP, aber es gibt auch einen Dembele etc. Wenn du mit denen den Übersteiger ansetzt, die sind sofort weg, die kriegen so einen krassen Boost und diesen Boost habe ich bei Reus jetzt nicht empfunden. Es meckern auf hohem Niveau, die Karte ist in Ordnung. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich sehr gut, weil es gibt wesentlich teure Karten, die schlechter sind. Ich finde 500k ist ein fairer Preis für den. Wir haben jetzt vier Spiele mit dem gemacht. Das sind dabei vier Tore und eine Vorlage. Das ist auch in Ordnung, vor allem die Gegner sind recht schnell gequittet, muss man sagen, deswegen hatte der jetzt auch nicht so viel Spielzeit. Hätte mit Sicherheit noch die ein oder andere Vorlage mehr machen können, wenn Götze nicht so viel vom Tor gejokt hätte. Aber insgesamt würde ich der Karte eine 7 bis 7,5 von 10 geben. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wie gesagt super. Die reine Qualität der Karte, da gibt es definitiv bessere Karten. Wenn euch das Format gefallen hat, wenn ich das öfters machen soll, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like aufs Video da. Mein persönlicher Plan ist, ab EAFC24 solche Videos von Beginn an zwei bis dreimal pro Woche zu bringen, weil ich glaube, es ist einfach interessant für euch, für die Leute zu sehen, welche Karten lohnen sich. Vor allem die E-Sportler haben in der Regel ja am Anfang mehr Coins, also kann ich da ein bisschen mehr rumtesten. Wenn euch das gefallen würde, lasst es mich auch gerne wissen. Bis dahin, ich bin raus, haut rein.